Kommen Sie hier rein. Grüß Gott. Grüß Gott. Ihr Name? Schöntal. Nachname? Schöntal. Was ist das Problem, meine Liebe? Ja, das ist so. Ich habe das auch noch Schönheitscreme. Sie soll 20 Jahre jünger machen. Ich bin aber erst 19. Ich habe sie schon benutzt. Sterbe ich jetzt? Können Sie sich rechnen? Nein. Ich auch nicht. 19 minus 20 ergibt 1 minus 1. Wissen Sie, was das bedeutet? Zehn. Sie werden sterben. Wie genau? Zehn. Monate? Jahre? Nein. Sekunden? Ach. Da habe ich mich wohl verrechnet. Unfallbericht. Chantal, Chantal verstarb an einer Gesichtscreme. Nicht nur sagen? Was hat sich wohl verraten? Ich... Was hat sich wohl verraten? Oder sie Data?